Ich bin ein echter Wiener, mein Gesinnung ist Toleranz. Das heißt, mir ist alles wurscht, mir ist alles eins. Im Mittelpunkt meines Denkens steht auch der Kringel-Oder. Ansonsten sind meine Anliegen vielleicht doch hier. Herr Hörer, meine Oide, steht daheim und her beim Schweinsbrau. Mir ist nicht ein bissel zu laut, der Krabbrüte ist ein Maunderjohn. Dass kein Buurwurm ist, ist doch auch kein Scham, oder? Dafür sind wir sonst ganz gut die Beinander. Aber beim Lieden an der Ecken, da bin ich stark vertreten. Mitze kriegeln um den Korb, mein Schnapsen habe ich gehört. Was soll ich dafür streiten, was gibt's so lang zum Reden? Zum All reagieren, zwei Typen, wenn die Pfeffer kommt. Mein Haken bei der Gemeinde ist ruhig, mein Gehalten nicht ohne. Mein Ander ist aus Wolfsburg, meine Meinung aus der Krone. Dass es weit, weit Wickeln gibt, ist von mir völlig unbestritten. Aber das ist mir total wurscht, weil ich wohne in Favoriten. Und die Umwelt vergift, mein Gott, was soll ich dazu sagen? So ein bissel und so, ohne sicher kein Grund zum Klo wohnen. Jetzt breche ich an, weil dieses Gespräch wird mir zu sein. Nur nur eins, Satz Toleranto und es lebt sich leicht. Was soll ich über das? Vielen Dank.